Klausuren, Klausuren, Klausuren. Dieses Motto haben sich sehr, sehr viele Prüflinge im Rahmen ihrer Prüfungsvorbereitung auf die Fahne geschrieben. Ist diese Strategie wirklich zielführend? Worauf kommt es dabei eigentlich an? Genau das wollen wir heute mal im Video gemeinsam besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Kaum ein Mythos im Rahmen der Examsvorbereitung hält sich so hartnäckig wie die Tatsache, man müsse über oder mindestens 50 Klausuren schreiben, um sich gut und erfolgreich auf das Steuerberater-Examen vorzubereiten. Wir wollen heute mal ein bisschen differenzierter draufschauen. Klausuren ist immer wieder ein relevantes Thema. Und um diesem Mythos gleich schon mal den Wind aus den Segel zu nehmen, ein ganz wichtiges Eingangsstatement. Viel wichtiger als die Anzahl der Klausuren ist die Qualität. Wo genau die Qualität wichtig ist, das wollen wir gleich mal gemeinsam erörtern. Ganz wichtig, diese magische Zahl von 50, von der kannst du dir nichts kaufen. Warum? Du bekommst kein goldenes Eintrittsticket im Rahmen der Prüfung, wenn du in der zweiten Oktoberwoche dort aufkreuzt am Prüfungsort, wo du abgeben kannst, hey, ich habe über 50 Klausuren geschrieben, du kriegst hier einen besonderen Platz mit der Musterlösung nebenan und bist sozusagen super vorbereitet. Sondern es geht darum, möglichst gut inhaltlich auf das Examen vorbereitet zu sein. Und dafür brauchst du keine stupiden 50 Klausuren. Zumindest nicht auf diese Art und Weise, wie die meisten auf diese Zahl kommen. Und zwar ist es so, dass viele einfach stumpf und stupide diese Klausuren schreiben. Ganz viele wichtige Dinge aber dabei komplett außer Acht geraten oder total oberflächlich und vernachlässigt behandelt werden. Und Qualität meint natürlich insbesondere, wie du mit den Klausuren arbeitest. Es ist nicht das Ziel, einfach nur die Klausur zu schreiben, sondern was genau ist denn dein Ziel? Diese Klausur ist nicht eine von 50 und du musst einfach hier sozusagen weiterkommen, die Zahl vorantreiben. Das auf keinen Fall, sondern du verfolgst eben andere Ziele mit dem Schreiben der Klausuren. Und zwar geht es doch darum, Fortschritte zu erzielen. Du willst im Oktober gut vorbereitet sein. Dafür musst du dich mit den Sachverhalten vertraut machen. Du musst die Inhalte aufbereiten. Du musst die Fähigkeit, Fertigkeit entwickeln. Klausur technisch gut aufgestellt zu sein, aber auch über Klausurtaktik musst du sozusagen weiterkommen beziehungsweise dich darin verbessern und so weiter und so fort. Wo passieren jetzt aber die Fortschritte in den Bereichen? Die passieren natürlich nicht, indem du einfach die Klausur schreibst, weil du zeigst ja während dem Schreiben der Klausur nur deinen aktuellen Wissensstand. Das heißt, du zeigst, wie gut bist du gerade im Bearbeiten. Du kommst aber jetzt nicht insbesondere voran, indem du einfach nur schreibst, sondern die Fortschritte machst du, indem du dich danach damit beschäftigst, was du besser machen musst, was du falsch gemacht hast, wo du einfach Optimierungspotenzial hast, respektive die Inhalte, die du nicht gesehen hast, dich damit vertraut zu machen. Das Schreiben ist wichtig, das ist eine Komponente von diesem Gesamtkonstrukt. Viel wichtiger, eben um auf diese Qualität zu kommen, ist aber die Klausurnachbereitung. Das ist, wie immer, ich kann es gar nicht häufig genug sagen, der Schlüssel für eine erfolgreiche Examsvorbereitung. Und was nochmal ganz wichtig zu sagen ist, was ist Klausurnachbereitung nicht? Und zwar, Klausurnachbereitung ist nicht sich nach der Klausur, nach einer kurzen Mittagspause die Besprechung der Klausur von einem Dozenten anzuhören. Auch da gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Manche lesen nur die Lösung vor, manche wiederum machen das besser. Aber das reicht nicht aus. Und sich die Lösung einfach nur durchzulesen reicht auch nicht aus. Das sind die beiden Punkte, die aber am häufigsten gemacht werden. Und man dann sagt, ja, wieso, ich habe doch die Klausur nachbereitet. Nein, hast du nicht. Das muss man ganz klar und so deutlich auch sagen. Du verschenkst einfach en masse an Potenzial, die du mit dieser Klausur hast. Ich sage immer ganz drastisch an der Stelle, eine nicht vernünftig nachbereitete Klausur ist wertlos. Lass dir das wirklich nochmal so eintrichtern. Eine nicht nachbereitete Klausur ist wertlos. Und das ist eben der Fokus, worauf du dich konzentrieren musst. Nicht hierauf, sondern wie kannst du aus jeder Klausur das Maximum rausholen und wirklich Fortschritte erzielen. Und wenn du dir wirklich bewusst machst, dass das nicht beim Schreiben passiert, dann kannst du auch wegkommen von dieser Haltung, die dir eingetrichtert wird. Du musst möglichst viele Klausuren schreiben, weil viele machen das ja nicht von sich aus. Die sagen, ja, okay, ich muss einfach nur auf die Anzahl kommen. Das macht mich erfolgreich. Jeder spricht immer über diese Zahl, man vergleicht sich mit den anderen Prüflingen. Und dann hat man diesen innerlichen Antrieb, ich muss jetzt einfach nochmal mehr Klausuren schreiben. Geh mal einen Schritt zurück, betrachte wirklich genau das, was ich dir gesagt habe. Was willst du erreichen und wie gelingt dir das am besten, indem du dich nicht auf irgendeine Zahl fokussierst, die letztendlich gar keine Aussagekraft hat. Weil es gibt sogar Leute, die schreiben zwei Klausuren an einem Tag. Das macht eben gar keinen Sinn, sondern es geht darum, eben Fortschritte zu erzielen. Und dafür ist das eben der entscheidende Schlüssel. Wenn du das erkennst und sagst, hey, ich möchte besser nachbereiten, ich weiß aber nicht, wie das gehen soll, weil ich lese mir immer nur die Lösung durch, ich höre mir das an, was der Dozent oder der Anbieter in der Videobesprechung dazu sagt, dann kann ich dich wie immer nur herzlich einladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden. Da zeigen wir dir mal auf, was wirklich wichtig ist beim Klausurenschreiben, was die Ziele dahinter sind, wie du das Ganze erreichen kannst. Neben den ganzen anderen Punkten natürlich die für die Examsvorbereitung, für die erfolgreiche Examsvorbereitung von Relevanz sind, vor allem für dich und deine individuelle Situation. Ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist bis zum Ende. Wir sehen uns hoffentlich dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Malo.